Heute zeige ich euch mal das Unboxing und den Aufbau vom nagelneuen Orthor Master 3 und gehe ein wenig auf die technischen Details ein. Orthor hat sich hier wirklich etwas ganz Edles einfallen lassen, mit tollen Extras. Hallo liebe Leserfreunde, schön, dass ihr dabei seid. Schon beim ersten Blick in den Karton sticht einem das neue Design ins Auge. Er ähnelt ein wenig dem X-Tool D1. Der Master 3 ist aber noch flacher und zeitloser im Design. Würde ich ihn nach dem Aussehen bewerten, hätte er bei mir schon jetzt volle Punktzahlen. Aber ob er die auch verdient hat, zeige ich euch in einem nächsten Video. Ein dickes Dragon Cut Danke geht heute an Z-Banks. Die haben mir den Leser netterweise zur Verfügung gestellt. Und auch hier gibt es keine Absprachen. Mit diesem Paket bekommt man einen Druckminderer für den Schlauch des R-Assists. Das Rahmenprofil der Rückseite. Hier findet man den Anschluss für einen Rotary-Roller. Auf der Oberseite ein kleiner Kippschalter, um auf seine Nutzung umschalten zu können. Das Anschlusskabel für den Schalter wird später durch ein Seitenteil verlegt. Die X-Achse ist so wie der gesamte Rahmen aus Aluminium. Seitlich angebracht ein Schrittmotor NEMA 17. Die Transportrollen zusammen mit dem Zahnriemen laufen versteckt im Profil der Achse. Der Schlitten ist sehr straff. Wackeln ist hier nicht möglich. An den Seiten zwei Stopper. Genutzt werden sie als Endstopp. Seitlich ein kleines Zähnchenmaul zur Aufnahme der Zahnriemen. Eine Schutzblende für das Lasermodul sowie das Lasermodul mit 10 Watt. Der Laserstrahl mit einer feinen Dichte von 0,5 bis 0,1 mm. Die Aufnahme auf der Rückseite ist fest verbunden. Das Modul in einem Gehäuse aus Aluminium. Im Gegensatz zu anderen Lasern ist auf der Oberseite der Anschluss für einen fünfpoligen Rundstecker eingesetzt. Geschützt durch ein Gummistopfen ein Loch zum Anschließen des Schlauchs als R-Assist. Die Düse für den R-Assist kann ganz einfach aufgeschraubt werden. Jetzt die Blende vorsichtig einhaken und die Rändelschraube für die Aufnahme am Schlitten können wir auch schon einsetzen. Die Control Bar, die Vorderseite. Ebenfalls in einem schicken Anthrazit und einer edlen Blendseite in Silber. Die Control Bar steht auf kleinen runden Füßen. Auf der Oberseite in Edelstahl der rote Notaus-Knopf, ein Sicherheitsschloss und ein Power-Button. Verbaut im Inneren ein OLM ESP Pro Version 2.4 Controller. Auf der Rückseite befinden sich die Knöpfe für Boot und Reset, dem Anschluss für EO und für das dicke Main-Kabel. Außerdem der Anschluss Y-Motor. Dieser ist für das Kabel für den Stecker auf der Rückseite des Rotary-Rollers. Seitlich der USB-Anschluss, eine Netzbuchse und die Aufnahme für die Wifi-Antenne. Und für den Support jede Menge QR-Codes, für jeden etwas dabei. Die Rahmenteile aus Aluminium, ebenfalls in einem schicken Anthrazit. Zahnriemen und Rotary-Kabel laufen hier nicht sichtbar auf der Unterseite. Es gibt Löcher für die Stopper und Nasen, an denen später die Aufnahme für die Zahnriemen montiert wird. Ein Schlauch für den R-Assist. Anschlusskabel für das Lasermodul. Ein Netzteil mit 24 Volt Ausgang. Und einem passenden Kaltgeräte-Kabel. Zur Sicherheit der Augen eine grüne Schutzbrille. Ein Satz Schrauben, Werkzeug und die Aufnahme für die Zahnriemen. Ein Doppelpack-Zahnriemen. Das dicke Main-Kabel mit den Anschlüssen der X-Achse für den Laser und einem Anschluss für eine spätere Erweiterung. Zum Aufschrauben eine kleine Wifi-Antenne. Für den, für mich bis jetzt der einfachste Aufbau eines Lasers, eine Bedienungsanleitung. Kabelbinder, Werkzeug, Testmaterial, Schlüssel für das Sicherheitsschloss und ein USB-Card-Reader mit TF-Karte. Und zur Verbindung ein USB-Kabel. Die Verarbeitung aller Teile ist extrem sauber und alles wirkt sehr massiv. Zusammenbau Wir beginnen in Rückenlage. Die Rahmenteile haben wir uns auf den Rücken liegend ausgelegt. Zunächst wird das Kabel für den Anschlussstecker des Rotary-Rollers durch das Profil gefädelt. Ist man auf der anderen Seite angekommen, das Seitenprofil am Profil der Rückseite ansetzen und zusammenschrauben. Schraube rein, Imbus rein, drehen, fertig. Ebenso mit dem zweiten Seitenprofilverfahren. Hier gibt es natürlich kein Kabel. Jetzt einfach die Achse über die Seitenteile schieben. Die Schlaufe der Zahnriemen mit den Zähnen nach innen einhängen. Das geht ziemlich einfach. Die Riemen in der Not der Seitenrahmenprofile auslegen. In der kleinen Nase wird nun der Schraubenteil der Aufnahme des Zahnriems eingeschoben. Verschraubt wird sie mit dem Imbus. Den Zahnriemen nun vorsichtig aufsetzen. Mit einer Madenschraube wird das Ganze noch ein wenig fixiert. Sie dient übrigens auch zur Spannung des Zahnriems. Jetzt kann auch schon die Vorderseite die Kontrollbar angesetzt und verschraubt werden. Das Rotary-Kabel etwas anheben und die Teile passgenau verschrauben. Auch die andere Seite wird verschrauben. Das Kabel für den Rotary-Anschluss einstecken. Und gleich daneben setzen wir das dicke Main-Kabel ein. Die andere Seite des Kabels wird mit Kabelbindern befestigt. Jetzt geht es ans Verteilen der Stecker. Als erstes der Stecker mit der Bezeichnung X. Dieser steht für den Schrittmotor der X-Achse. Das Kabel mit der Bezeichnung L. L für Lasermodul. Und wer sich wundert, wozu der dritte Stecker ist? Dieser ist für spätere geplante Modifikation. Um das restliche Kabel sauber zum Lasermodul zu verlegen, wird es mit weiteren Kabelbindern fixiert. Das Lasermodul wird von oben aufgeschoben und mit der Rändelschraube in gewünschter Position festgezogen. Hier sieht man auch schön den Anschluss für den Schlauch des Erstes und die Positionshilfe zur Material-Höheneinstellung. Seitlich werden Stopper eingeschraubt. Ein eigenes System für Endstops. Bei einem Homing fährt der Laserkopf gegen die Stopper und findet so seine Position. Die X-Achse muss jetzt ganz nach vorne geschoben werden und an der Seite der Zahnriemen in das kleine Zähnchenmaul gesteckt werden. Da die Achse ganz vorne ist, befinden sich die Zähne des Riemens nach dem Einsetzen an beiden Rahmenseiten in exakt paralleler Position. Die Wifi-Antenne für die kabellose Verbindung. Was ich ganz toll finde, der OrtoMaster 3 hat eine eigene App, über die man den Leser bequem mit dem Handy steuern kann. Foto mit dem Handy machen, App öffnen und schon kann man den Auftrag starten. Ich finde das macht extrem flexibel. Wie das funktioniert, werde ich euch das nächste Mal zeigen. Die SD-Karte. Einsetzen. Fertig. Neben dem Sicherheitsschloss verfügt der Leser über ein paar tolle Sicherheitsfunktionen, wie Schräglagenschutz, Verschiebe- oder Ruckelschutz, eine Abschaltautomatik. Ich führe die technischen Spezifikationen und Features im nächsten Abschnitt meines Videos noch einmal zusammen. Die technischen Informationen. Ich zeige euch hier die Daten, die der Hersteller über das Produkt sagt. Lasermodul 10 Watt mit einem fixen Fokus. Sein Laserstrahl ist mit 0,05 bis 0,1 mm angegeben. 20 mm Holz und 30 mm Acrylschnitte sollen möglich sein. Der Laser hat eine Arbeitsfläche von 400 mm x 400 mm. Seine Verbindungsmöglichkeit. Wi-Fi. Eine SD-Karte oder U-Disc. Mit der App über den App-Hotspot-Link oder einer direkten Verbindung über App oder Wi-Fi. Man benötigt also keinen PC mehr. Er bietet eine großartige Gravurgeschwindigkeit von 20.000 mm pro Minute. Der Hersteller spricht von einer hundertprozentigen Effizienzsteigerung. Klar, schneller arbeiten, schneller fertig. Ein immer ganz wichtiger Punkt, die Sicherheitsmerkmale. Ein Sicherheitsschloss mit einem Satzschlüssel. Stoß- und Verschiebungsschutz sowie Schräglagenschutz. Steht der Laser also mal etwas ungünstig, schaltet der Laser sofort ab, wenn er kippt oder versehens angestoßen wird. Sollte es mal zu einem Stillstand kommen, schaltet der Laser auch hier ab. Es gibt ein Spannungs- und Stromsicherheitskontrollsystem. Eine Überwachung des Systems, wenn es zum Beispiel mal zu einem Abbruch kommt, kann er den User unterstützen. Der große Notausschalter ist nicht nur schick, sondern auch nützlich. Der Laser verfügt über einen Anschluss für den Lufteinlass. Den Air-Assist für saubere Schnitte. Dafür einfach den Schlauch an einen Kompressor oder ähnlichem anschließen. Und der Kippschalter schaltet die Y-Achse für den Rotary-Roller. Für die Endstops gibt es statt der üblichen Schalter ein System, welches gegen die Stopper fährt und der Laser damit seine Position findet. Das Lasermodul hat einen kleinen Hebel zur Material-Höheneinstellung. Da der Laser über einen fixen Fokus verfügt, hat dieser eine feste Größe. Mit einem Finger runterklappen und mit der Rennwelschraube auf passender Höhe feststellen. Ich habe gesehen, es gibt bei Ortor einiges im Zubehör. Den Rotary-Roller und neben dem Laser auch eine neue tolle Laser-Gravur-Unterlage mit Positionshilfe. Vielleicht noch ein wenig Stolz im Preis. Das nächste Mal zeige ich euch den Ortor Master 3 im Betrieb. Ich werde ihn wohl mal in einem Vergleichstest zu einem anderen Laser zeigen. Bis jetzt Design und Aufbau absolut Daumen hoch. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr Fragen dazu habt, vielleicht kann ich ja diese mit aufnehmen. Dicke Dragon-Küsschen. Baby Queen Queen Queene Dein Blaui 2 Probe Petra kt